Hallo meine Cleo, du siehst, die Insel Robinson Crusoe wartet auf uns. Ich bin hier und bereite etwas vor, was nicht ganz einfach ist. Es wäre daher sehr vorteilhaft, wenn du schnellstmöglichst von Memphis zurückkehrst auf diese Insel. Schaut euch diese Kulisse an. Und genau hier wird gedreht. Da ist die Bühne. Da sitzt das Publikum. Hier ist alles dekoriert. Die ganze Wand dekoriert. Einfach nur herrlich. Da drüben. Ja, meine lieben Freunde, ich habe lange darauf gewartet, endlich mal durchzustarten. Mal auszubrechen vom System. Und ich sage euch was. Das macht Spaß. Das macht so viel Spaß. Das macht so, so, so viel Spaß. Ich habe eine Person da draußen in dieser großen weiten Welt. Die hat einen wunderbaren Humor. Ich grüße dich ganz herzlich. Und denkt immer daran, die Zeit bleibt nicht stehen. Wir werden alle älter. Und der Moment, der Moment vergibt. Deswegen, gemeinsam ist man stark. Die meisten leben kein Abenteuer mehr. Jeder macht sein eigenes Ding. Ich lade euch ein, hier mit dem Pfarrer der Kreativität, was zu erleben, was man nicht alle Tage erlebt. In diesem Sinne, bis bald. Und dann, bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.